Happy Birthday Saddam Hussein, Happy Birthday Direntara Chuhar, Happy Birthday Nur Gaji und heute habe ich das Spiel Global City. Viel Spaß! Und los geht es. Mal schauen, was heute hier so abgeht in meiner Stadt. Kann ich noch nicht einsammeln. Kommt noch spät. Da ist was grünes. Video wollen wir nicht sehen. Ich werde gerade beobachtet von ein paar Zuschauern da. Von 500 Zuschauern werde ich gerade beobachtet, wie ich hier meinen Stream mache. Also wir schauen jetzt nicht gerade mehr zu als in Wirklichkeit. Ich werde das so machen wie immer. Ich werde meine roten Punkte jetzt einsammeln. Ne, die roten Punkte sind hier. Video angucke. Gelbe Punkte sind das hier. Voll. Was gibt es da nicht? Das gibt es doch nicht. Auch Stahlträger. Ich kann nichts produzieren. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? So das gleiche Problem hatte ich letztes Mal auch schon gehabt. Problem Nummer 1. Hier ist ein Eisberg. Oh, der ist neu. Und hier ist Armee. Suchen. 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 Ne. Die Puzzleteile finden immer. Andere könnte ich ja machen, aber Puzzleteile wählen. Wählen. Die Brücke. Puzzleteile fehlen. Viel Stück von denen brauche ich noch. Ist so ein Lichter. Ist so ein Lichter. Brücke. Teil fehlt. Neuanfang. Abholen. Was kriege ich? Zweimal Holz. Zweimal Holz. Kann ich das nicht gebrauchen? Oh, hier. Habe ich... nichts frei. Oh, ich habe wieder was frei. Das ist doch schön. Jetzt schauen wir, was brauchen wir... Ich brauche da zwei Holz, zwei Stahl. Für Stahl brauche ich... Erze. Stahlträger Nummer 1. Erze. Stahlträger Nummer 2. Und hier brauche ich... noch zwei Baumstämme. Das passt ja ganz genau, oder? Noch schnell warten wir auf die... zwei Stahlträger. Und dann habe ich hier wieder ein bisschen mehr Platz in meiner Tasche. Ne? Wo sind meine ganzen Zuschauer hin? Schon weg! Ach, schade. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wie sie weggegangen sind. Ahem, 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 ahem. Die nächsten Sekunden laufen hier. Da kann ich endlich das nächste... Dingsbums. Oh, hier kann ich... Okay, Nummer 1. Und Nummer 2 kommt gleich. Ja, hier. Ein paar Sachen. Ich finde immer diese dummen Puzzleteile. Okay. Nächste Projekt ist... Nee. Darum habe ich noch nichts. Auch nicht. Einmal Glas. Und vier Stahlträger. Einmal Glas. Was brauche ich für Glas? Überlegen? Schaffe ich das? Nee. Schaffe ich nicht. Es sind fünf Sachen, die fehlen. Bei fünf Sachen... Hätte ich dann... 34. Aber zum Produzieren... Brauche ich... Bei denen hier... Drei Sachen. 35. Ich brauche noch einen Platz mehr. Ja. Hm. Fangen wir... Also, einfach brauche ich den hier? Oder der wäre natürlich am besten. Ah. Da wäre auch was gewesen. Ach ne, das war glaube ich der gewesen. Ein Stahlträger. Nur so viel nehmen, wie wir brauchen, sonst haben wir keinen Platz mehr. Und dann haben wir gleich das Holzbrett da. Das sind zwei Baumstimmen. Dann machen wir erst mal Dinge hier. Ach, das ist ja leicht. Eins, zwei, drei, vier. Eins. So. Schiff kann wegfahren. Den brauche ich zwar nicht. Autobahn. Und Dings habe ich gekriegt. Und dann sind wir ja auch nicht mit, dann bringen wir das gleich hin. Und dann machen wir das. Und dann. Das ist ja sehr schön. Das ist ja nur noch. den habe ich bekommen einmal und spiel update jetzt während die spiele muss doch nicht dann ernst oder naja ich glaube die zehn minuten sind vorbei deswegen was sag ich noch dankeschön fürs zuschauen oder schauen wir mal ihr könnt doch nicht einfach spielabdächt machen während die spiele brücke und hier war noch holz dreimal dafür brauche ich zwei baumstimme dreimal wenn sechs baumstimme 1 2 3 4 gut 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 also hier ist ein sack ab angekommen muss natürlich dann auch noch mal nach produzieren ich brauche so ein vermessungsgerät gut 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 so dann muss ich jetzt wieder warten sogar dies war ein bisschen länger wegen dem stein der braucht erst mal noch zehn minuten für das fenster was ich gemacht habe damit ich Platz bekomme kann ich ja dann verkaufen oder kann ich was anderes verkaufen wo war das ah hier war es das ist jetzt zu kaufen das ist verkaufen ganz viel schrauben habe ich habe ich davon zwei ach ja genau 2 2 was waren die holzbretter hoch 13 minuten das dauert ein bisschen lange so und das letzte brett auf dem weg und da muss jetzt eine viertelstunde warten bis ich was machen kann und ich denk sowieso dass ich das ticket schon habe deswegen schauen wir mal spiel beenden und da weg ist es dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du mal nichts für dabei sein bis dann viel spaß und auf Wiedersehen tschüss tschüss und tschüss 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 tschüss